Beauty und Wellness während der Schulzeit. Wer möchte das nicht mal genießen? Die Don Bosco Berufsschule und Beratungszentrum in Würzburg. Wer hier lernt, steckt oft in einer schwierigen Lebenssituation. Deswegen stärkt die Schule die individuellen Fähigkeiten der Schüler und unterstützt sie dabei, Hürden zu überwinden und persönliche Stärken zu entfalten. Das Ziel? Hoffnung und Orientierung geben. Dazu gehört auch, dass die Schüler in der schuleigenen Küche Verantwortung übernehmen. Hier bekommt jeder eine Chance.